Mein Name ist Andrea. Ich bin Winzerin vom Beruf hier in der wunderschönen Südoststeiermark im steirischen Vulkanland in Riegersburg. Ich bin jetzt seit zehn Jahren zu Hause im Betrieb tätig. Ich bin komplette Querensteigerin und habe erst relativ spät herausgefunden, dass ich doch in den elterlichen Betrieb einsteigen möchte. Jetzt mache ich mittlerweile seit über zehn Jahren gemeinsam mit meinem Mann den Weinbau hier und wir haben es geschafft, dass wir vor allem schwerpunktechnisch jetzt mehr in Richtung Wein gehen. Wir kultivieren zehn Rebsorten und daraus machen wir rund 25 verschiedene Weine. Das hört sich jetzt sehr viel an, ist es auch, aber so vielfältig wie unsere Gegend ist, so vielfältig ist auch unsere Weinkarte und das ist auch gut so, weil das unterscheidet uns und ich sage immer so, findet jeder seinen Lieblingswein bei uns an. Zusätzlich ist es auch so, dass wir einen Urlaub am Bauernhofbetrieb haben mit vier Ferienwohnungen und seit kurzem auch eine Eventlocation, unsere Scheibelbergloche, wo wir Feiern aller Art abhalten können. Das ist eine ganz schöne Sache, ich liebe den Kontakt zu meinen Gästen. Wein soll bei uns mehr sein als einfach nur eine Rebsorte. Wenn man schaut, der Rebstock hat sehr viel Geschichte, er ist zum Teil über 30 Jahre alt und diese Geschichte wollen wir mit unseren Kunden teilen. Somit trägt jeder Wein bei uns einen eigenen Namen, man trinkt bei uns zum Beispiel eine Portion Glückselig, einen Sonnenduft oder ein Ungezügelt. Mit Mut und Entschlossenheit habe ich es gewagt, als Quereinsteigerin den Betrieb zu Hause zu übernehmen. Letztendlich die fertige Flasche Wein in den Händen zu halten, ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich kann euch nur raten, nicht zögern, einfach duren.